Hi, wir wollen mal wieder was präsentieren. Ihr kennt doch hier bestimmt die Oberfläche von Windows 3.1. Die ist ja relativ schlicht gehalten mit ihrem etwas überladenen Programm Manager und naja, das soll auch der Desktop von damals sein. Wenn man da alles minimiert hat, dann hat man nur die Symbole hier auf dem Platz gehabt und sonst nicht viel mehr. Eventuell hat man noch ein Hintergrundbild eingeführt, aber man hat es ja sonst kaum gesehen. Ansonsten hat man hier eh nur den Programm Manager, aber es gab ja auch so schöne Programme, die einen die Windows 95 Oberfläche versprochen haben und unter anderem sowas habe ich hier letztens gefunden, in der sozusagen in der AOL File Library, die man bei Archive.org herunterladen kann. Richtig großes Archiv, richtig, richtig groß. Schöne Programme dabei. Und da habe ich unter anderem das hier gefunden. MHTask. Eine Taskleiste für Windows 3.xx. Ihr habt auch gesehen, das ist jetzt gar nicht mal so riesig. 528.522 Bytes. Das dürften so glaube ich 5 MB sein. Und mit nur einer 13.198 bautstarken Internetleitung hat das knapp 11 Minuten gebraucht, das runterzuladen. Wurde zu dem Zeitpunkt 82 mal runtergeladen. Also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Am 9. August 96 wurde das hochgeladen. Also das ist so Format Monat, Tag, Jahr. Und genau, was haben wir denn hier so schönes? MHTask ist eine Taskleiste, deren Gestaltung und Bedienung an die Taskleiste. Ich glaube, ich kann mal hier den Zeilenumbruch aktivieren, dann müssen wir nicht so downscrollen. An die Taskleiste von Windows 95 angelehnt wurde. Das Programm entstand aus den Gedanken, jetzt bin ich durch die Tastatur gerauscht, dass sich nicht jeder extra nur für Windows 95 einen neuen Computer kaufen will oder kann. Obwohl gemerkt, das war das Jahr 96. Also ungefähr knapp ein Jahr nach Release von Windows 95. Da wollte nicht unbedingt jeder dieses Betriebssystem haben, aber man wollte vielleicht die Features davon haben. Und da gab es solche Programme. Ja, es soll auch den Programmmanager nicht ablösen, aber ein bisschen Windows 95 Feeling und Komfort herzaubern. Und MHTask sollte auf jeden Computer laufen, auf dem auch Windows 3.1 läuft. Wurde unter anderem auf einem Rechner mit 486, mit 40 MHz, mit 4 MB Hauptspeicher entwickelt und getestet. 200 KB Hauptspeicher, 2% Systemressourcen, und 6% GDI-Ressourcen werden verbraucht. Klingt nicht viel. Da wurde auch eine neue Version ja eingeführt, also die vorige kenne ich überhaupt nicht. Es gibt auch Alternativen wie Chimera oder Windows 95 for free.x. Davon habe ich schon mal Videos gemacht, die kann ich euch oben mal als i einblenden. Und ja, das waren schon ganz interessante Programme, aber wir wollen uns ja einfach mal MHTask angucken. Und das haben wir nämlich hier, das müssen wir nämlich noch vorher installieren. Herzlich Willkommen zum MHTask 2.0 Installationsprogramm. Ja, da wollen wir es installieren. Zu Glück mit Unterstrich. Da kann man das unterscheiden. So, man kann noch eine Programmmanagergruppe dafür erstellen. Können wir gerne mal machen. Und es wurde erfolgreich beendet. So, da haben wir das jetzt hier. Ist jetzt sogar im Autostart drin. Haben wir sogar eine Registerdatei. Das heißt, wenn das jetzt im Autostart ist, dann ja, sagt schon der Begriff, dann wird das automatisch mit Windows gestartet. So. Können wir mal nie ließen mich hier gucken. So wird das ganze Ding aussehen. Es sieht gewöhnungsbedürftig aus. Muss man mal ehrlich sagen. Von Markus Hartwig entwickelt. Lieber Markus, falls du das hier siehst, falls du da mal irgendwie danach suchst. Hier ist es ungefähr, da ist sogar noch die Adresse. Ich weiß gar nicht, ob ich das veröffentlichen darf. Aber es ist eine Write-Datei, die ist öffentlich einsehbar. Also, die war auch mal öffentlich einsehbar. Also, da ist sie jetzt. Aus Leipzig sogar. Meine Güte. Die Welt ist echt klein. So. Brauchen wir uns nicht genauer angucken. Ich will das einfach mal so blind angucken. Wir können das auch registrieren mit einem Code, damit wir das in eine Vollversion verwandeln können. Allerdings haben wir hier nur die kleinere Version und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. So. Ist relativ flott gestartet. Das ist jetzt also unsere Task-Leistung. Die scheint auch permanent anwesend zu sein. Unregistrierte Testversion wird als Shareware vertrieben. Das heißt, das könnt ihr auch nutzen. So. Werden ein paar Systemressourcen verbraucht, sieht man ja genau hier. Da haben wir hier die Uhrzeit. Ich klicke schon wie bescheuerter hier drauf, weil ich das von Windows 95 gewohnt bin, dass man hier zum Beispiel Ureinstellungen bekommt. Aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Und was ich wieder auch doof finde, man klickt da drauf und dann auf einmal ist das weg. Aber ich habe auch nur Windows-Taste hier. Aber die bringt herzlich wenig. Also wurden da auch solche Funktionen nicht integriert. Also wenn das Vollbildprogramme sind. Ne, das ist nicht mal Vollbild. Aber trotzdem ist da die Task-Leiste weg. Das ist eigenartig. Soweit das hier in so einem kleinen Fenster ist, geht das ja eigentlich. Mal gucken, ich kann ja mal den Dateimanager kleiner machen. Aber man sieht ja schon das Problem. Die Task-Leiste ist nicht im Vordergrund. Das ist schon mal eigenartig programmiert. Das ist normalerweise nicht so vorgesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Startmenü gefällt mir ziemlich gut. Also es wurde gut umgesetzt. Also es ist wirklich so, dass Windows 95 verhalten, wenn wir auch hier in die Systemsteuerung gehen, dann öffnet er auch die Systemsteuerung. Das ist gar nicht mal übel. Also ein kleines Arbeitsverzeichnis ungültig. Da scheint was nicht zu funktionieren. Windows Setup können wir hier ausführen. Systemkonfiguration. Ach, da haben wir sogar so einen Editor dafür. Das geht ja alles. MH-Task. Menüprogramme. Ich glaube, die können wir selbstständig hinzufügen. Müssen wir auch, glaube ich, alles selbstständig machen. Machen wir mal zum Beispiel Was machen wir denn einfach mal rein? Wir können ja mal im Windows-Ordner gucken, was wir da so schönes haben. Nehmen wir mal den Calculator. Das ist der Rechner. So. Der Rechner, der dürfte jetzt im Startmenü sein. Da ist er. Genau. Startet den Rechner. Also das Startmenü darf man schön alleine machen. Also da ist nicht so eine automatische Integration wie bei Chimera drin. Sondern müssen wir da alles selbstständig hineintun. Sozusagen. Ablagemappe haben wir ebenfalls. Zwischenablage. Können wir auch ausführen. Suchen. Eine Suche ist auch hier drin. Das ist ja cool. Das können wir dann zum Beispiel mal suchen. Nehmen wir mal den Calculator. Oh. Der hat erstaunlich wenig gefunden. Obwohl bei C eigentlich eine Anwendung mit Kalk drin ist. Nehmen wir mal Exe. Ah. Da muss man leider... Ja, das ist ein bisschen doof gemacht. Oder was ist denn eigentlich, wenn ich Kalk-Sternchen eingebe? Findet er da was? Nein, auch nicht. Okay, die Suche finde ich ein bisschen doof. Also da ist die von Chimera doch deutlich intelligenter. Aber man muss sagen, dass er ja automatisch auch die Menüs öffnet. Selbst das kann Chimera nicht. Man muss da mal draufklicken. Und dann öffnet sich erst das Menü. Ach, übrigen. Wir haben hier schon einen Rechner drin. Siehste mal. Zeichentabelle ist auch hier drin. Alles mit dabei. Geht doch das Menü eigentlich weg, wenn ich da jetzt... Ja, es geht tatsächlich auch weg. Das ist ja nicht schlecht. Also, man kann sagen, es erfüllt seinen Zweck. Wir haben jetzt hier auch ein Ausführmenü. Das gibt es standardmäßig auch nicht. Zumindest nicht in der Form. Das gibt es zwar, aber nicht in der Form. Und ja. Ja, wir können ja auch mal probieren. Machen wir mal den Kalender. Der tut auch sein Übriges. So. Das funktioniert doch schon mal nicht schlecht. Da haben wir doch schon mal eine kleine Taskleiste. Und das öffnet sich dann jedes Mal, wenn wir... Warte mal. Wir können ja mal Windows beenden. Ja, wir beenden mal Windows. Blum. So. Jetzt starten wir mal Windows. Und jetzt müsste sich das Programm auch automatisch mit starten. Genau. Unregistrierte Testversion 2.0. Genau. Und da minimiert sogar den Programmmanager. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Und die Funktion kenne ich zum Beispiel von Camira überhaupt nicht. Wir haben den ja immer noch im Hintergrund. Der ist immer noch da unten. Aber ja. Das sieht doch auch schon mal nicht schlecht aus. Also. Man kann hier schon ein bisschen was machen. Man muss die Programme im Menü Start selber hinzufügen. Also man kann nur in seine Wunschprogramme einfügen. Finde ich schon mal nicht übel. Ist auch ganz komfortabel angelegt. Also. Ja. Was könnte man jetzt zu diesen kleinen Programmen denn eigentlich sagen? Also. Es soll ja nicht viele Systemressourcen verbrauchen. Ich würde auch gerne mal selber gucken. Also. Wenn ich hier überall rumklicke. Geht das Ding nicht zu. Oh. Das ist immer gut. Dass ich das mal überprüft habe. Denn. Ich muss hier. Oh. Oh. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Jetzt beginnt das Ding zu spinnen. Ah. Aha. Jetzt habe ich es gekillt. Jetzt habe ich das Ding gekillt. Hm. Also. Ja. Man muss da schon. Ein bisschen sauber programmieren. Um da was Vernünftiges. Stabiles überhaupt hinzubekommen. Unter Windows 3.1. Das war sowieso ein kleines Problemchen. Aber. Ja. Also. Wenn man hier zur Seite klickt. Dann. Ähm. Ja. Das ist schon ein bisschen doof gemacht. Aber yay. Es ist ein simples Programm. Und man will ja irgendwie das Gefühl vermitteln. Dass man auch so ein kleines bisschen Windows 95 hier drauf hat. Also. Sagen wir es mal so. Die Taskleiste sieht nicht original aus. Wie die Windows 95 Taskleiste. Da könnt ihr mir eindeutig zustimmen. Da sieht die von Camira viel realistischer aus. Ähm. 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 Allerdings. Ähm. Es gibt viele Leute die darauf klicken. Ich weiß nicht warum. Wie man auch hier sieht. Macht das gar keinen Sinn. Wenn man da drauf klickt. Dann geht das Ding nämlich automatisch zu. Ähm. Kann man das auch eigentlich anordnen. Wenn man zum Beispiel mehrere Programme drin hat. Das möchte ich auch mal ganz ganz gerne probieren. Ähm. Aber das ordnet ja auch so an wie es da steht. Und offenbar können wir auch keine. Äh. Keine. Keine. Ne. Symbole können wir leider auch nicht machen. Schade eigentlich. Hätte ich mir ganz gerne gewünscht. Aber es erfüllt seinen Zweck. Also wenn man da schon ein praktisches Startmenü haben möchte. Wo man da. Ja auch so alles. Ähm. Komfortabel erreichen kann. Inklusive Suche. Ausführen Dialog. Und Beenden Dialog. Ähm. Finde ich das schon mal ganz gut. Auch. Man sieht ja. Es ist ein bisschen instabil. Allgemeine Schutzverletzungen. Aber naja. Aber ich hab's mal für euch mal ausprobiert. Äh. Das kann man in der. Oh Gott. In irgendeiner AOL File Library. 10.000. 11.000. Oder 12.000 finden. Das seht ihr ja dann bei archive.org. Muss man ein bisschen tief graben. Aber dann findet man es auch irgendwo. In den versteckten Ecken. Da hab ich hier für euch dann mal. MH Task 2.0. Ähm. Mal angesehen. Für euch mal angesehen. Und dann. Ja. Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Sowieso mal. Windows 95 Comfort rüber zu bringen. Und. Das hatte ich mir da. Da hat man wirklich sehr viel Experimentierfreude dran. Man sieht ja auch hier. Die Ressourcenanzeige bei denen. Fein Herren. Ist ein bisschen. Mh. Ein bisschen ausgelasteter als sonst. Druckmanager ist hier ebenfalls aktiv. Ah. Also. Es erscheinen da nur zwei Symbole. So. So. Tonen. Eigenschaften. Wäre nicht schlecht gewesen. Wer weiß. Ob das Programm auch irgendwann mal. Weiterentwickelt wurde. 20 Mark. Musst du mal für die Vollversion bezahlen. Wenn ich ehrlich sein will. Für meinen Geschmack ein bisschen viel. Also. Dafür. Dass das Programm so ist. Wie es ist. Finde ich es ein bisschen viel. Wenn ihr meine Meinung hören wollt. Aber. Meine Güte. Das ist auch schon. Sagen wir mal. Ja. 22 Jahre her. Als das hier. Eingeführt wurde. Man kann es natürlich auch registrieren. Und. Ja. Das. Liegt da echt. Check bei. Liegt bar bei. Meine Güte. Das. Das könnte man eigentlich mal witzigerweise machen. An den feinen Herren mal senden. Und dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja eine Lizenz. Hä. Auch nicht schlecht. Es gibt ja noch im Dateimanager. Die. Äh. Infodateien. Die habe ich ja auch noch irgendwo. Genau. Gibt da zum Beispiel eine Fehler. Write. Bisher sind keine Fehlerprobleme mit verschiedenen Umgebungen bekannt. Die zu einer Beeinträchtigung der Programmfunktionen oder des Systems führen. Äh. Genau. Falls dieses Programm auch noch nicht. Habe ich auf den bla bla bla. Die Programme im Menü Stadt gehören übrigens alle zur Originallieferung. Hm. Okay. Die sollten standardmäßig integriert sein. Laut dem Programm. Aha. Da gucken. Die haben verschiedene Anwendungen. Ausführen. Ah. Das sind die ganzen Excel-Dateien von den Teilen. Siehst du mal. Register. Das ist die Registrierung. Genau. Ja. Und das ist die Infodatei, die ich darüber kopiert habe. Die MHTask 2.0. Ist mir da so aufgefallen. Und ich wollte mir einfach mal sagen. Hey. Das können wir doch mal durchaus testen. Ist ein nettes kleines Programm. Erfüllt seinen Zweck. Wenn auch nicht gerade stabil. Ja. Da freue ich mich, dass ich euch mal wieder was Schickes präsentieren konnte. Ansonsten guckt euch noch die anderen zwei Videos an, die ich noch von den Teilen hatte. Ansonsten könnten wir eigentlich auch mal der Anstand starten gegebenenfalls nochmal das Programm, damit es sehr schön aussieht. So. Ja. Da konnte ich euch nochmal MHTask 2.0 präsentieren. Ein Programm, was auch ein bisschen Windows 95 Komfort in Windows 3.1 oder 3.11, je nachdem, was man für eine Version hatte, dann auch rüberbringen kann. Ja. Wollten einige. Man glaubt es kaum. Das wollten einige. Ich empfehle aber weiterhin Kaimira. Das ist immer noch für mich der Spitzenreiter bei den Programmen. Dann auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Klickt auf jeden Fall noch in die anderen Sachen rein, die ich jetzt hier eingeblendet habe. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Keputsch. Aui.